Das Problem ist, dass ich momentan nur 50k empfange, deswegen habe ich die Installation der CD vorgenommen. So. Fucken, jetzt haben Mafi und ich ein Wettrennen, wir haben längst. Wer schneller fertig ist. Also ich muss noch 50 Minuten. Oh fuck, das wird knapp. Tim? Ja? Was? Ja? Du musst, du hast ihn gerade voll anders angehört. Ja, weil ich hinter meinem Mikrofon geklemmt habe. Warum schreibst du nicht bei Special Agent Unbekannt hin, weil das hattest du vor, ob er an 0 stehen. Nein, das hat Lexi dahin geschrieben. Warum? Weiß ich nicht. Vielleicht bist du ja auch der Special Agent. Vielleicht. Vielleicht bin ich auch der Deputy Typ. Ja, ich bin voll cool, ich bin voll cool, ich hab als Einziger des Leifers. hässlich er ist die hässlich die in die ging es sich hier die hiebs die hälfte gekippt gegen den hübschel das ist beschreibt guten tag kräftlichen neuner neiger dafür auch einfach was ich dafür neuner neiges alter wir haben aber glaube ich Ja. Egen Lone, ey. Wo musst du sie schaufeln? Was laufen die alle mit ihrer Shotgun hier rum? Ich komme gleich mit einem Schlag... ähm... Schaufel. Ich komme gleich mit einem Schlagstock. Oh, Junge, wieso installiert der nicht so schneller? Ma-ma-man! Achso, ich wollte euch ja eh noch was vorspielen hier. Toyman... ...Grad... ...Grad... ...Hat den Jimmy betreten. Toyman? Ja, bitte? 45 Minuten. Ich will mir spielen. Nella! Nella! Okay, weiter geht's nicht. Die Noten waren zu Ende. Ah, zum Glück lief Shadowplay, alles aufgenommen auf YouTube. Lade mal hoch hin! Ich guck, was wir die Aufnahme haben. Jetzt ist sie nicht gespeichert. Doch, doch, hab ich grad gesehen, letzte 5 Minuten gespeichert. Muss nur gucken, in welchem Ort war er. Ich hab 5 Minuten leider...